na leute wie geht's euch ja wir machen nun das match mit rei misterio und das machen wir mal in einem handicap match und das machen wir auf tornado tornado tag und zwar mit rei misterio 619 das machen wir mit den members von der schien und war mit theft rollens and roman reigns rei misterio machen einfach mal ein klassisches raw match und ja so was kann man dazu sagen rei misterio heißt oscar die tieris ich weiß wie er genau spanisch ausgesprochen wird also so wird er für mich vom ablesen ab ausgesprochen Prozent ist am Moment ist am 11 Dezember 19 74 in Szenen Diego von ihm geboren und ja ist bis seit 2002 Ressler aber bei der WB war davor bei der WCW also an war der Mexiko über Ressler dabei bei der ECB dann WCW in 2002 2 ist an die die Titel in Schaubo Guerreiro um das Video findet ihr auch in der Beschreibung sein Debüt wenn die WB ist nicht gelöscht hat dann fehlt ihr das Video und das auch von der offiziellen WB YouTube Kanal also von der offiziellen WB YouTube Kanal also nichts gefähigt ist original könnte ich auch verlassen ist es nicht gefällt Prozent seiner Anfänge waren um die Anfänge er war halt als Publikums Liebling auch sehr beliebt bei mir auch ich habe ich habe den Kerl geliebt mit seinen Moves als Underdog und ja dann hat er 2006 den Royal Rumble gewonnen übrigens auch einen Rekord er war eine Stunde und zwei Minuten und 60 Minuten online und war der zweite Teilnehmer also der zweite der rein muss als Royal Rumble also er hat am längsten durchgehalten und war auch direkt von Anfang an dabei und bis zum Ende durchhielt was auch letztendlich bei WrestleMania 22 auch seine Titelchance gehabt hat und bei WrestleMania 22 den World Heavyweight Champion gut hat man muss aber dazu sagen dass er nur davon profitiert hat weil ähm Rey Mysterio ne weil Eddie Guerrero gestorben ist also man kann so viel sagen wäre Eddie Guerrero jetzt nicht gestorben dann würden wir jetzt nicht wissen wo er am Ende landet man sieht schon wir haben starke Probleme vor allem ein Rom Reigns mit dem Finisher und das noch mit dem Speer also oh scheiß ja gut oh ey ich hab dennoch gekontert ihr das ist doch dumm ja und raus tschüss tschüss so und schöner Rana und jetzt oh schöner Netbreker von Fat Rollins und Rem Silberfreit noch und jetzt nein was macht der nun ein Betreker nein Simone Drop ja so und jetzt nein scheiße oh wunderschön und ich kick noch aus ich kick noch aus wie geht das denn so ein geiler Finisher okay ich muss ja noch fertig werden ne jawohl schöner Siegel senden ich komme gerade nicht zum reden ja natürlich ja er hat halt viele Fäden gehabt genau Eddie Guerrero hat eine Fäde die auch ich super fand er hatte gegen Batista eine Fäde gegen Anna Tegern eine kurze Fäde also er hatte schon viele Fäden der kleine Kerl und auch für mich ein super Kerl ich liebe diesen Kerl er kann super wrestlen er ist ein super wrestler ein super Techniker auch für eine Körpergräse perfekt es lieben viele Leute im kleinen Kerl ist auch so einer sie kennen auch viele und schöner ist bei der Wind aber noch mal zeigen oder nicht Fox Flash so und jetzt ein und jetzt Netbreaker Seth Rollins und jetzt so und jetzt press press und okay Oracle Runner get chief und jetzt Rey Mysterio Rey Mysterio mit dem 619 und der Pin one no so aber da ist Roman Reigns Roman Reigns oh je oh 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 je der Sleeper hold der Sleeper hold Roman Reigns Roman Reigns das zieht ihn voll durch halt wie übel das aussieht ey vor allem ist es so kaputt ja alles rot alter um zweit er war fünfmal cruiserweight champion ähm ja so jetzt so und sehr schön und whisper in the wind und nein und jetzt schaden wir kriegen so viel ab scheiß 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 ja ja okay gut ausgekippt so was jetzt okay niegert er war einmal wie die kürze tagteam champion er war drei zweimal dreimal wcb tagteam champion wer genau kann ich jetzt nicht sagen weil ich die wcb nie geguckt habe und dadurch nicht so viel sagen kann und ja so und jetzt schöner City zenten spiel wunderschön gemacht romwrenzen europa europa und jetzt sepp sepp schaden 619 619 jawoll der geht durch und jetzt und jetzt und jetzt aber wenn es zurückliegt einfach noch aus der ist so flinkt der Kerl und jetzt ja bei der wwe hat er einmal in der Welt wie die championship gewonnen ähm oh scheiße einmal im ww championship gewonnen zweimal in der Welt also einmal ww championship den hat er gegen john cena gewonnen eigentlich lächerlicher teilen und dann war ein abend ging so und jetzt jawohl jawohl ich bin so geil wie er sich immer durchschlingelt so und jetzt jawohl und und jetzt bin woher nein ja sehr denn an gleich am abend gewonnen aber am abend wieder verloren bevor die große Fälle mit ihrem Punkt da war und ja jetzt auch gut Bruder Versuch und jetzt nein jetzt kommt er neid okay das war's natürlich war klar ja er war dann noch zweimal wird er wird schon einmal 2006 dieser Wendung einmal 2010 gegen Jack Swagger das war ein zweimal Intercontinental Championship als er bei WestonMayer 25 gewonnen hat und irgendwann bei äh irgendeiner kleinen Veranstaltung ich glaub the bash gegen Chris Jericho waren davor mit RBL dreimal Cruiserweight Champion VW Tag Team Champion mit Edge RBG Eddie Guerrero und Batista und einmal Royal Rumble Sieger 2006 das war Rey Mysterio auch wenn wir das Match verloren haben aber das kommt vor ich liebe diesen kleinen Kerl er ist ein Superwrestler er ist zwar nicht gut in den Promos er kann nicht so die besten Promos machen aber er ist ein Superwrestler ich liebe diesen kleinen Kerl und ich möchte ich hoffe dass er verletzungsfrei bleibt weil er hat ja in den letzten Jahren sehr sehr viele Verletzungen und ich hoffe er bleibt verletzungsfrei weil ich den kleinen Kerl immer wieder gerne sehe bis dahin und schau